Skiflug Weltrekord gesprungen ist mit 176 Metern, hat gesagt, dass er 5 bis 6 Kilo in so einer Skiflugwoche verloren hat und das bei Athleten, die ohnehin nicht sehr schwer sind. Martin Mejik ist einer von den kräftigeren unter Ihnen. Higashi, den wir vorher gesehen haben, der Japaner, wiegt nur 53 Kilo. Jetzt stelle ich mir vor, dass er 4,5 davon verliert, dann ist er unter 50 Kilo. Es geht an die Substanz, 159 Meter weit zu fliegen, auch wenn das keine Weiten sind, die 40.000 hier.